Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wie ihr seht, habe ich es gerade so mit Ach und Krach geschafft nach dem 28. Versuch. Und, wie wir sehen, ist die Wolle aufgetaucht. So, nicht vergessen, Like-Button drücken, Abonnieren, Kommentar hinterlassen. Du kannst deine dämlichen Bote alle behalten. Echt den ganzen Schnulli-Kram hier. Man, bin ich gerade genervt von dem... Nee. Sorry, aber... Das war gerade... Das war eine harte Nummer. Bei anderen ist es wahrscheinlich easy. Nein, nicht für mich. So. Machen wir den Teil auch. Halleluja. Sowas. Okay. Wir haben zwei oben. Wir haben zwei jetzt gefunden. Es fehlen noch zwei. Höchst interessant. So, auf geht's. Pferd raus. Geht der übliche Teil wieder los. Weg. Kann doch ein Weg sein, schätze ich mal. Gleich schon mal. Das ist gut. Gut. Den Teil auch. Ich würde mal sagen, wir bringen die beiden Wollstückchen mal weg. Müssen wir uns damit nicht mehr rumquälen. Jetzt ist die Frage... Wo sind die letzten zwei Stücke hingekommen? Wieso? Bin ich gefunden bisher? Alles diese Fragen sollte man sich immer mal wieder stellen. Wieso? Weswegen? Warum? Auf geht's. Achso. Das war der Teil. Ja. Alles geklärt. Weil die habe ich schon gefunden. Hm. 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 So. Wie sieht hier aus. Ist alles wie klar. Ernsthaft? Eis spawnen. So. Get up, get up, get up, get up. Boah, ich bin so hungrig. Geh doch mal weiter. Kann nicht so schwer sein, nebenbei zu laufen. Kannst du nicht multitasken? So. Wir haben... Blue Bull. Und... Cyan. Pui. Pau. Wir haben... Rot und Weiß fehlt uns noch. Ist die Frage... Ist die Frage... Rot und Weiß fehlt uns noch. Rot und Weiß fehlt uns noch. Rot zum... Okay. Ist das? Gute Frage. Nächste Frage. So. Packen wir mal den da rein. Den. Das. Dort. Die. Mit der können wir schnell mal uns... Außer mit Ruhe bringen. Das kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Das kann weg. Da rein. Auch weg. Do it. Den Bogen benutze ich so gut wie nie. Okay. Katsch. Katsch. So. Also. In der Ecke hier hinten. Nein. Nicht den essen. Nein. Nicht dahin platzieren. Hier irgendwas. Wäre schon mal gut, wenn hier auf dem Monumentplatz auch noch mal rein so ein Teil wäre. Okay. Das ist der Kram. Da bin ich lang gejumpt. Hm? Ja, ja. 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 Okay. Wir brauchen. Okay. Iron Boots. Okay. Ein Upgrade Gear. Nett. Wir haben noch nicht mal Diamanten gefunden. Weißt du? Aha. Oh. 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 so also irgendwo das ist der reihenfolge nach funktionieren soll das ist hier das zimmer okay wenn man das bedeuten soll in zeit wahrscheinlich von hier aus haben wir eine gute sich also da waren wir in dem teil waren wir auch weil wir sind ja von da gekommen oder hier drunter ist echt weißt du was okay nicht ideal aber wir sind unten muss doch was sein außer Bienen hier ist ein weg wir haben keine torches mehr sorry müssen wir in den Waldchen im dunkeln lang rennen auf und davon okay nichtsdestotrotz wir werden es packen keine kohle mehr sorry das wird ein bisschen duster werden aber wir werden es schaffen ich habe hier irgendwas irgendwas ist hier doch muss doch was sein so ihr werdet bestimmt nicht viel erkennen können lasst uns mal options video i am full muslimus so ein bisschen mehr hier geben quatsch quatsch bin ich jetzt options video so ich hoffe mal dass das besser ist so wir sind auf der Ahahaha sorry 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 gottes willen was ist denn hier was geht denn hier ab wow okay holy moly Okay, wir haben was gefunden. Zum Glück haben wir da hinten eine Biene. Die zeigt uns den Weg. Wie so ein Glühwürmchen. Wahnsinn. So viele Creeper. Alles zerstört. Okay. Haben wir den Teil. Hier. Nichts. Okay. Du wirst mich nicht von hinten hier überfallen. Are you kidding me? Ernsthaft? Oh. Was soll der Müll? Also, nee. Sorry. So, jetzt weiß ich genau Bescheid. Ich werde meinen Spawnpoint in der Nähe setzen. Alter. Das ist doch... Was soll das? Ich verstehe die Leute nicht. So. Ja, ich bin ein paar Mal über Checkpoints gefahren, ne? So. Okay. 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 Ich trau dem Ganzen kein bisschen. So ein Käse, ey. Okay. What the? Ja, ja, hü, hü, hü. Was? Wir setzen mich in den ein. Dann machen wir hier unseren Spawnpoint. Und dann kann die Schlacht beginnen. Aber erst mal ist ich noch ne Bämme. Nein, ne Bämme. Okay. Okay. Tschüss. Ja, ja. Aju. Aargh. Ich könnte ja schon wieder. Wie kommt man auf so ne dämlichen Ideen? Alter. Nee. Ganz ehrlich. Das sind... Das sind Kinderspiele von... Äh. Nee. Geh. Geh. Geh durch da. So, jetzt. Sowas. Ich werde dir wehtun. Ganz bestimmt werde ich dir wehtun. Okay. Keine... Ich habe keinen Helm mehr. Oh, crap. Oh, na. Ähm. Äh. Äh. Shut up. Okay. Den können wir offen lassen. Wenn wir mal schnell noch unseren Spawnpoint hier setzen. Ich weiß. Das ist... Das ist schlimm mit mir. Aber ich werde sehr oft sterben. Ich weiß es. Nee. Nee. I'm going to send that. Okay. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich hier rausgehe und versuche, die Spawner zu erwischen. Okay. Ready. Wenn ich... ... gegessen habe. Das war nur großartig. So. Oh Gott. Äh. Äh. Oh Gott. 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 Ich bin fast dort. Nicht auf mich schießen. Ich kann doch überlegen. Okay. Gut, ähm. Ist ja nett, dass ihr das für mich ein bisschen erleuchten wollt, aber... Aha! Oh, Crap! Mann! Ich war doch so nah dran, ey. So war das jetzt. Mach dich fertig! Da sind sie! Also muss das deine Nähe sein. Oh! Gib mir mein... Jawoll! Die rote Wolle! Huh! Let's get out of here! Ich hab die Diamantenblöcke da unten gesehen, aber... Ne! Sorry! Äh... Da geht's lang. Das ist... Das ist mir zu heftig hier. Geht hier rein, rein. Gott, 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 Jawoll! Okay, haben wir das. Ihr seid irgendwie. Oh! Das. Genau, vier. Komm, 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 komm. Und raus hier. Das kann er auch nicht. Das war ja meine Aktion. Okay, das war auch scharf. Ich kill dich. Äh... Äh... Okay. Stimmt. Mein Respawn-Point war... War nicht mehr gut. Ich hab das drauf gebaut. Sehe ich ein. So. Wir sind am Anfang. Das ist ja nicht schlecht. Ich glaub, die weiße Wolle... Sollte eventuell irgendwo hier... ...an Anfang verkauft auch sein. Wie es aussah, sollte es wohl... ...der Reihenfolge auch funktionieren. Gut. Ah, nur 27 Death... ...sein. Alles unter 28 ist nichts. So, gucken wir mal. Das hab ich ganz vergessen. Na, komm rauf hier. Okay. So lässt sich das doch arbeiten. Alright. Wo würde ich... ...setzen? Ernsthaft? Okay. Hier irgendwo... ...die weiße Wolle... ...die weiße Wolle... ...wo ist die weiße Wolle? Bär... ...mit dem ersten Emerald... ...äh... ...da hab ich auch nur einen gefunden. Hm. Brot, nehm ich. Wait a minute. Mein... ...mein Respawn-Point ist... ...so weit da hinten... ...dass ist nicht cool. Hm. Gehen wir mal hier zurück... ...ich hab da... ...mh... ...kein Interesse zu. So... ...gut. Ähm... Achso. Ist ja schon. Ist ja schon groß... ...geschrieben. Kaboom. So. Ist das, dass der erste hier oben sein könnte? Bitte? Komm schon. Zeig was du kannst. Ah. Bada bing, bada bang, bada boom! 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 Okay, also das hier oben ist scheinbar... ...nichts. Oh. 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 Hm. Okay. Geolang. Geolang. Oh. 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 Was könnten wir noch... ...hm? Okay. Der war cool. Richtig cool. Ah, damit überlebe ich doch. Okay. Im Wasserfall vielleicht? Glaub nicht. Ich glaube ja nicht. So. Einfach mal über die Brücke rüber. Wir müssen irgendwo was übersehen haben. 29. Death. Da können wir ein Trinkenspiel draus machen. Jedes Mal wenn ich sterbe, müsst ihr was trinken. Oh je. Wird ja alle so voll... ...so voll gefressen. Oh. Hopp. Iffilei? Hm. Hm. Das ist Kante hier oben. Das ist Kante hier oben. Weg führt nicht in eine andere Richtung. Hm. Wasserfall? Ah, Wasserfall ist so corny. Hier an der Kante. Hier an der Kante. Der Typ ey. Der Typ ey. Eder. Das ist doch gar nicht. Das ist doch gar nicht. Äh. So zum Denken. Ich glaube, ich habe hier alles abgegreift. Ja. Ich war hier. Bin there, done that. Hmm. Gehen wir weiter. Die erste Brücke hinauf. Wo zum Teil soll der sein? Hmm. Also links oder rechts? Das ist jetzt die Frage. Hier bin ich letztes Mal in die Richtung und ich glaube, in der war ich noch nicht. Da werden wir dann nächstes Mal nachschauen. Ich würde mal sagen, so 25 Minuten sollten reichen fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, Beantwortung, Abonnieren, Kommentar hinterlassen. Vielleicht auch ein kleines O für die 29 Deaths. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann.